Brust bei Männern, die sogenannte Gynäkomastie, also eine verstärkte Ausbildung der Brustdrüse. Das haben recht viele Männer. Man kann das behandeln, zumindest den Fettanteil kann man reduzieren mit der Fettweckspritze. Dabei spritzen wir ganz gezielt und lokal in die Problemzone, also um die Brustdrüse herum, um dort das Fett gezielt aufzulösen. Nach dem Reinspritzen wird es erstmal dick, sieht erstmal entzündet aus und rot. Dadurch werden die Fettzellen zerstört und abtransportiert. Interessant? Dann jetzt folgen und mehr erfahren.